Und wenn ich Skiriere bin, kann ich so helfen? Wir haben schon ein bisschen geübt, wie man für selbst. Und was die spezielle Qualität von Anja ist, dass sie wahnsinnig gut hart sind, wie man erfahren kann. Schau mal an die Füße. Wirklich gut an dem Technik. Benötigte Technik. Und jetzt fahre ich noch immer Flugschwingen. Aber natürlich gibt es auch ein Pro-Furballer. Mit oder ohne Stockeinsatz. Und natürlich gibt es auch Kürzschwingen. Ich kann eben... Ich kann eben... Also sind die Fliegen auf Wettbewerb zu sehen? Nächste Fahrt vor. Und das ist sehr gut, okay? Wir sehen uns auf Jochen. Wow, vielen Dank! Alles Nächste! Dort von mir wird er für das Renn-Training auf den Teppach Ulo hat schon angefangen Spitzpersportler nutzen die Möglichkeit zum Trainieren im Weltcup ist das eine bekannte Methode Wir haben den Tief zu halten Die Athleten von Swishy haben in der letzten Woche den Reiser mit Renn Der Renn hat schon vieles getrennt Er hat einfach alles lustig Anlage Und Pari Del Marge Auf den ersten Ski-Ingel-Rawah Verkleissen Ich kann euch sagen, das ist nicht sehr reif Wir haben nur zwei Kanten, das macht den Kantenwechsel ein wenig schwieriger Und auf dem Teppach Wir müssen perfekt fahren Durch 30 Kantenbälle Wir haben einen Sturz bekommen Ein paar Tausend oder fast Wir haben eine Pension Die Haare mit Verschiebungen fliessig Das ist ja auch noch eine Praxis Ich muss auch verstehen, was ich mit 3 Jahren in die Hose So, mit 4 Jahren in der cette Spouse Ich kann es verstehen, ich mache ich 3, 4 Jahre Wir müssen einen Probegang machen Herstellung ist immer mehr Ab zu 2